m 2 4 5 5 4 5 5 5 5 hier noch nicht nur doch jetzt verdammt ich hab kein geld zum heil komme ich noch nicht durch leck mich leck mich leck mich leck mich leck mich leck mich okay einer ist schon tot bis so ein daten also wirklich kann sich sportlich ist nur heilig so ein hallo ich das haste nach haut ja dass ich dich nicht fest ist ich dich halt die macht sehr gut schaden ich habe keine warte ganz kurz nicht mehr und eingeschafft auch noch ein live food die woher klar war immer genau ich brauche keine angst haben vor allem aber ich kann ja eigentlich drinnen stehen der deutsch ist die weg macht jahres du hast einen fit ein crispy an die block krieg noch ein ja noch ein leider keinen wie viel ich dafür eigentlich brauche wir haben das ding bekommen ach so ich hab die seelen schon ne ich hab die seelen das handel abdichten dass keiner weiter auf den sack gehen kann da unten sind noch grüne bahn die ruhig machen wie die alles nur schlappen der guide ist so kann man sich auch die lavoren entgeschichten ich habe noch ein bisschen und mal vier platin die nur vier ist ja billig dann denkst du ich mag es immer noch was soll ich mir sonst denken jetzt verpiss ich doch du scheiß gegner darf jemand anders du auch da unten gut das wollte ich jetzt nicht kaputt machen ich glaube die sollten uns rein wo bekomme ich jetzt honeyblocks irgendwie her oder wie sehen die da aus das ist nur bienen fängt rasieren zu voll ich bin einfach zu voll mir noch eine rasierer zu kaufen weil es von meiner eltern zu hause ist weiß ich kann ich kann ja tausend mal reden das interessiert ja keiner sich zu sagen haben bringt mir das mit wenn alles mit nur das nicht also ist das so ich habe gerade aus ihrer bloße ich mir ein barbier fertig er herr mir auf der mich rhabar barbara dort sind drei barbara war nageln ab于 barbara 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 bp 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 in ständige von mir und hier sind jetzt gerade so aus und viele sterben ja aber dann muss er nicht mehr trauen was soll denn was sollen wir denn jetzt bitte schön noch machen schnell abdichten habt ihr jetzt gerade nichts zu tun also gerade was zu tun also gerade kein passkampf das schon könnt ihr mal für euch mal ganz kurz gucken wo ich honeyblocks herbekommen wie die den aussehen mögen und wo ich die herbekommen weil irgendwie finde ich nur heiß und alles ich bin jetzt hier beim bieten sporn dingens aber weil ich hier bekomme ist wenn google halt ich bin eine aufnahme du musst ja aus dem fenster ich kann ich werde jetzt nicht mein internet öffnen weil dann kack ich ja komplett wieder ab und darauf habe ich auch keinen bock nein hier ich kriege ja keine blöcke raus hä wo bist du sora ja für mich gerade am googeln nein der ist irgendwie in der wand bild ist hier nur ein das ist mir früh ja gut nehm ich kann auch mitnehmen nehm ich kann auch mitnehmen ja ja für folge halt andre gut ich war zu drüber kippen soll kein problem warte ganz kurz ähm wir rennen gleich raus ne Wasser ist ja oben also aus dem jungle also aus dem jungle ja so das muss hier zum beispiel nicht danke sora also wenn das jetzt klappen sollte fuck da funken die geht ja ich weiß ich habe ja keine mission mehr du weißt du es hat mein bett nicht jedes gespielt hm du dumm alter du bist so dumm ich sag's auch noch tu dein bett da speichern ich hab's gespeichert es hat aber irgendwie nicht ja du musst auch gucken ob dein sportfreund steht du Lappen ist andre was erwartest du eben mach das so stets ja jetzt mach ich aber kurz selber den spawn hier weg vielleicht muss Munition erstmal kaufen hast du ja genug geld ähm schnell dicht machen empty bullet vor dem wir auf den sack gehen so jetzt muss ich mit dem Wasser warte ich muss noch ganz kurz ein bisschen sachen ich kaufe erstmal kurz Munition für 10 Gold ein okay honeyblocks habe ich jetzt bekommen schon also einen danke klappt ja ich muss hier jetzt mal hochkacksen wegen dem oder was äh Wasser Wasser, 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 Moment Äh, habt ihr irgendwie so... Moment mal, ich hab doch Hartklaut im Dottel So, und jetzt brauch ich noch... ...Vial of Venom Moment... Möcht ich mal gucken, wie ich das jetzt baue Das hat uns immer so komisch verpackt, Mann Das kann ich nicht, das kann ich nicht Wir holen so'n eigentlich wieder da Ja Ja Ja, da hinten Haben So bekommt man im Wasser Unendlich Bullshit, Bullshit, Bullshit Hafe, Docke So 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 Du hast 80 Stück, okay Mö 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 Der schlanker hier Mö Mö, Mö, Mö Mö, 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 Mö Mö, 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 Mö Mö, Mö, Mö 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 Mö, Mö, Mö Mö, Mö, Mö Mö, 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 Mö Mö, 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 Mö Mö, Mö, Mö Mö, Mö Ich sag mal, warum ist denn das immer so verbuggt, ey? Moment, ich mach da erstmal dicht. Das ist einfach nur nervt. Was ist denn so verbuggt? Ich will Munition kaufen, äh, herstellen, aber kann ich eben nicht, weil das die ganze Zeit so verfickt verbuggt ist, ey. Das nervt so derbe. Es gibt einen Titanium Forge. Das würde uns hier nicht viel bringen, wahrscheinlich. Hm? Okay, so kann ich das auch machen. Bequiet Objekt Workbench. Ja. Schau. An eine Workbench. Die hab ich auch verstanden. Drogenwiff. Ja, ich bin hier an einer Workbench, aber kann ich hier was bauen? Nein! Nein! Die Workbench ist so verbuggt, ey. Wie kann ich das bauen? Also, was zeigt, ich kann irgendwie nix mehr bauen. Ja, hier geht's auf einmal. So, wie viele Honeyblocks habe ich denn jetzt? Ob ich die finden würde, in meinem Inventor. Zumindest. Äh, Honeyblock 29 sollten ja, glaub ich, reichen. Ach, zu, nur durchnehmen das damit. Ach, mir ist einfach eine komplett... alles leer. Schau, wollte dich. Oh, interessant. Filtration vom Feinsten. Jetzt ist die Frage, kann man die Honigbühne denn nur hier zerstören, oder auch? Ja, wo holen die jetzt? Okay. Alter, ich brauch mehr Ballets, ernsthaft? Ähm, nach Hause. Ich hab ganz... Alter, wie viele Woden Arrow und so weiter. Ich hab die geh ich jetzt erstmal verkaufen. Ich hab mir... Vielen Dank.